Was ist das? Kathi! Hol mir bitte schnell ein Glas Lippen auf. Von den Englern und von der Küche. Ich habe keine Geschwindigkeit. Ich will gucken. Hey! Roman! Wo sind wir raus? Oh Gott! Was ist denn passiert? Oh, oh, oh! Wieso? Kleine, hilf mir! Komm! Sportkasse. Ja, Strasse. Sportkasse, Strasse 42. Ja bitte, schicken Sie uns mal die Kreisverbellen. Ich muss nicht dort stehen, aber ich wollte raus. Ich habe da geschehen. Oh, 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 oh. Ja. Wer geht mit der Stelle raus? Ja, ich stehe mir immer noch die Tasse. Oh, 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 oh. Ja, danke. Kann ich Ihnen was machen? Ja, okay. Oh, 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 oh. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.